Mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt da hin? Pfeiler. Na, ich hab keine Pfeiler, leider. Ich hab ja noch keine Pfeiler. Ich kann die noch nicht bauen. Pfeiler bauen, einfach Pfeiler drunter bauen. Ich hab... Wo sind denn hier Pfeiler? Oh, ne Set Store kann ich übrigens bauen. Das ist toll. Ich kann schon ne Tür bauen. Aber Pfeiler seh ich hier nicht, ehrlich gesagt. Ich seh hier keine Pfeiler. Pillar. Alle sagen Pillar, Pillar, aber wir haben ja noch keine Pillar, Freunde. Ich weiß, ob das der eine ist. Pillar, Mann? Ja, ich glaube auch. Du kommst doch so hoch. Das geht auch so. Ja? Oh. Ich probier grad mal ganz kurz, was passiert. So, ein Wundenpillar. Ich kann noch keine Wundenpillar bauen. Ich hab zwar immer am Start, aber... Nein, das war jetzt echt unlustig. Autsch. Okay, kann man über die Wurzeln da hoch, oder was? Einfach hochjumpen während dem Rennen. Ah, gut. Oder von hier geht er auch. Krieg ich diese Wand denn jetzt hier noch? Äh, Satch Wall. Okay, Hold for Options. Hallo? Ich hoffe, das ist die richtige. Yeah, ist so ein Freiluftbalkon hier oben. Ja, mach ich aber hier nochmal ganz kurz. Weißt du was? Ah, da muss man eine Aussicht haben. Ah, guck mal hier. Unter den Blüten, oder? Wunderschön einfach. Da kann ich hier noch einen schönen Grill hinbauen. So. Ähm. Okay. Pillar gibt's ab Level 15. Ja, Freunde, dann wird's noch ein bisschen dauern. So. Foundation auf dem Hügel bauen, von da auch nochmal zwei Roof. Ja, das könnte eventuell funktionieren. Wenn ich wüsste, in welchem Abstand. Das, diesen Rotz hier mach ich mal weg gerade. So. Huch. So. Die Molle, dann können wir die Rohstoffe ein bisschen wieder... Okay. Ich pack mal eben ganz kurz. Es ist unglaublich, dass das Viech weg ist, Tobi. Wir haben echt, also wir haben echt Glück im Unglück, muss man mal sagen. Die Leute denken jetzt aber bestimmt, wir hätten irgendwas gemacht. Nee, 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 nee. Ich weiß aber selber nicht, wo das Viech ist, ehrlich gesagt. Vielleicht ist es irgendwo unter Wasser. Oder ist es doch abgesoffen? Vielleicht können die da doch absaugen. Ich hab gehört, wenn die verletzt sind, hauen die wohl ab. Das hab ich jetzt noch gelesen, aber... Vielleicht haben wir sie verletzt, weil wir vor ihm weggelaufen sind. Meinst du Gefühle? Ja, vielleicht hat seine Seele Knacks wegbekommen, oder so. Das kann natürlich sein. Huch, hier ist 16, 16 Fressi aufm Grill. Fällt's aber schon leid. So, jetzt muss ich mal ganz kurz... Dann kann ich mal den Dodo wiederholen, ne? Was ist mit dem Dodo? Steht da auch. Ich hol mal eben den Dodo. Schau mal, warte, du musst erst mal mit hoch kommen. Ja. Ich hab uns... ...was gemacht. Für... Das ist eigentlich schön hier. Ich möchte... Ich möchte eigentlich hier die... Die Front sollten wir ganz auflassen, oder? Ja... Ach, den kann man hier gar nicht hinsetzen, oder was? Was denn? Tisch gebaut eigentlich, aber den kann man hier nicht hinsetzen. Ähm... Ja, weil wir auf dem Dach sind. Ich müsste das Dach durch den Boden ersetzen, dann könnten wir hier auch Sachen hinbauen. Ach, das ist gar kein Tisch, das ist ne Foundation, was ist das denn? Ne Foundation ist, äh, Boden. Ach, das ist ein Untergrund, ah. Genau, genau, genau. Ähm... Das ist am ersten Moment auch wie ein Tisch. Ja. Ich hab ne Wundenfoundation, also wenn du eine brauchst. Oh, das ist gut. Wie er mich ausgelacht hat. Ich hab gekichert. Gegluckst hab... Ich habe nur gegluckst. So. Ja, ich kann grad nichts basteln. Äh, der Dodo. Der Dodo, der Dodo. So, huch, wo ist er denn? Ne, 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 ne. Was hast du vor demnächst zu let's playen? Einiges. Einiges, okay. Äh, enable following. So, kommste. Was machst du? Hast du den geschlagen? Ne, 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 ne. Ich hab den nicht geschlagen. Ich dachte schon... Boah, ja, 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 da. So. Okay. Die, 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 die. King Cyber. Jawohl, vielen Dank, sag ich da mal lieber King Cyber. Natürlich lese ich auch im Chat. So. So... Ja, ne Steinschleuder werd ich mir auch mal langsam basteln. Nachtflörchen 83. Nachtflörchen 83. Was denn? Nix. Hast du ne gute Nacht gesagt. Ja, ich wollt ja auch ein bisschen interagieren. Alter, was für ein scheiß Wetter. Haben wir schon 1 Uhr? Echt? Nein. Echt? Haben wir 1 Uhr? Wir haben 1 Uhr, ja. Was? Spielst du auch das neue Tomb Raider? Etwas später wahrscheinlich. Da spielt ja momentan der Sarazene. Wir haben schon 1 Uhr? Das soll aber ziemlich gut sein, ne? Ja, 1 Uhr. Weiß ich gar nicht. Ich fand das alte, also das alte in Anführungszeichen, das andere Tomb Raiders remasterte, fand ich auch sehr geil. Für viele ist es ja so, ja, das hat nichts mehr mit Tomb Raiders zu tun, aber ganz ehrlich, ich find's echt cool. Krass. Wenn die heute, wenn Square Enix heute angekommen wären mit irgendwelchen alten Spielmechaniken, dann hätten sie sich auch alle drüber aufgeregt. Ja klar. Standard. Ja, wir haben 1 Uhr. Krass. Übel. Das ist, äh, sehr krass. Okay. Ah, der Dodo kann wieder leveln. Hier, zack. Ein bisschen wieder, ein bisschen wieder was tragen. So. Ja, bleib mal da stehen, du kleiner Scheiße. Achso, ich wollte dir noch was geben. Äh, Fleisch. 16. Okay. Das Fleisch auf dem Dodo gammelt auch langsam vor sich hin. Rise of the Tomb Raider ist noch derbe verbuggt. Okay. Das Clipping ist fast so schlimm, wie bei den klassischen Tomb Raiders spielen. Ja, siehste. Okay. Ist doch klassisches Feeling. Ja, dann kann sich ja echt keiner beschweren. Das muss doch eigentlich positive Referenzen kriegen. So. Was? Black and White? Was? Was? Achso, Black and White LP. Das wird, glaub ich, noch dauern. Das steht momentan nicht auf der Liste und ich hab momentan echt noch 60 Spiele auf der Liste. Über 60 Spiele. Und ich erweitere die Liste momentan nicht. 60 Spiele, die ich noch gern machen wollen würde. Es gibt einfach zu viele Spiele. Es gibt zu viele Spiele. Aber ich schätze mal, da sind halt auch Spiele aus allen möglichen... Jahren sag ich mal dabei, ne? Genres und Jahre, genau. Okay, das eine Viech seh ich von hier oben wieder. Huch! Das eine Viech seh ich von hier oben wieder. Ähm... Ich überleg grad, ob ich dann immer mal so eine Terrasse dahin... Was machst du denn da? Der Sortier hat ein bisschen Krams ein, den ich so habe hier. Achso, okay. Ich schau mal eben ganz kurz das Dach... Wut und Fiber. Wut, Wut und Fiber. Fiber und Wut. Ich habe hier so einen Founder-Settel von Ark. Ja? Ja. Aha, was machst du damit? Weiß ich nicht. Den kann man auf so ein Paradings legen und dann kann man dann fliegen. Wenn der getamed hat. Auf ein Paradings? Hm, okay. Aber die habe ich... Ich habe noch nie so ein Ding getamed, muss ich zugeben. Mist, was fehlt mir denn jetzt wieder? Setch? Wahrscheinlich fehlt mir wieder Setch. Hm... Warte... Nein, nicht Foundation. Wo ist es denn? Roof? Es fehlt Setch, okay. Mehr Kiste ist genug. Ja, ja, Joghurt. Ok... Fetch. Hallo? Achso, ich gucke hier da falsch. Lass mich wieder ablegen, böser Bube. Sechs. Muss den ganzen Scheiß auch gleich wieder ablegen, weil ich auch so schwer bin immer. So, ich habe jetzt immer noch mal... Mit diesem Schildkrötenvieh da hinten, kann man das auch töten? Ja, aber würde ich nicht machen, weil die reiten... Uh, die eignen sich eher zum Reiten oder... Oder zum... Ne? Also zum Tamen. Ja, aber viel zu langsam, oder? Ja, trotzdem ist das cool. Also Reiten tue ich am liebsten aufm Lutz. Das hört sich so falsch an. Ähm... Was? Reiten tue ich am liebsten aufm Lutz. Der ist sehr schnell... Und ausdauernd. Hm? Ach krass, das geht ja hoch hier bis Level 50, Alter. Ja, ja, da kommt noch einiges. Ich würde gerne einen Stall machen, verdammt. Wie macht man da einen Zaun? Einen Zaun und eine Treppe nach oben. Soll ich uns auch so eine Wardrobe machen? Hm, wenn du magst. Ich weiß aber nicht, ob da automatisch die Rezepte drin sind. Ich glaube, die muss man sich erst holen. Ähm... Nee, dann lass ich's wohl. Das kostet nämlich 20 Leder. Dann lass ich's lieber. Apropos Leder. Ich habe ja noch so viel Leder bei mir. Was brauchen wir noch fürs Bett? Warte, ich hau das mal ganz kurz auch in die Kiste, das Leder. Haben wir noch Platz in der Kiste? Ja. Äh, Leder, Leder, Leder. Schettinen habe ich ja auch noch die ganze Zeit. Was ich mit mir rumschleppe. Ich pack das auch mal in die Kiste. Ähm... Brauche ich denn das Leder? Ach da, Haid. 34 Leder. Wie haben wir denn da? Sechs Stück, das wär ein... Ein scheiß Dodo, ey. Pass mal auf, ich... Kannst du mir mal... Obwohl eine Zwille... Ich bastel mir selber mal eine Zwille. Kann dir eine geben, ich hab eine. Nee, das Problem ist, wenn die kaputt geht, muss ich die immer wieder reparieren. Ach so. Deswegen lerne ich das gerade mal. Halt! Und bastel mir auch gerade mal eine. Ich weiß gar nicht, was brauche ich denn dafür. Holz, Fiber, Haid. So, warte. Hilfe! So... Heid. Zack. Holz. Und Fiber. Fiber, 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 Fiber. Naja, hier. So... Und dann mache ich mal Slingshot. Äh... Craftable. Brauche ich nur eine. So. Deh, 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 deh. Ach, reparieren kann man auch so. Okay, das wusste ich nicht. Na gut, dann ist aber auch egal. Haben wir trotzdem gelernt. Was soll's. Ähm... Das Ding brauchen wir gerade nicht. Das Ding brauchen wir gerade nicht. Stattdessen... Fleisch sollte ich mir vielleicht drauf nehmen. Ach so, kann ich ja gerade nicht. Die Beeren brauchen wir auch gerade nicht. Zack. Ähm... Die Stonepick. Kann ich die gerade reparieren. Stone und Sedge. Stone brauche ich jetzt sowieso wieder. Wo bist du denn gerade? Hast du... Ich versuche gerade den... ...letzten Dodo zu finden, den wir noch brauchen. Die letzten Dodos dieser Erde satteln ihre Pferde. Ach so. Äh... Hier. Dann Fiber. So. Okay. Komm, hier war doch vorher noch einer. Das weiß ich doch. Ist hier die ganze Zeit rumgelaufen. Hätte ich ihn gleich erwordet. Oh oh. Ein Raptor. Soll ich... Soll ich mich mal trauen? Was denn? Ich glaube, ich habe gar nicht getroffen. Ähm... Ich bring jetzt mal das Riech um. Das da hinten schwimmt. Das nervt mich jetzt. Ich bring das jetzt mal um. Ich tame das jetzt. So. Welches? Nein, nein, nein. Oh, meine Nase juckt. Oh, wie meine Nase juckt. Oh, wie meine Nase juckt. Die kitzelt voll gerade. Oh, von innen. So. Ähm... Tu es. Alle sagen tu es. Aber das Ding ist mir zu sehr im Wasser gerade. Ach, meinst du die... Meinst du die sind mit den Zacken obendrauf? Die Schildkröte, genau. Achso, die Schildkröte. Obwohl, um die zu tame brauchen wir mehr Beeren. Wir haben momentan gar keine Beeren mehr. Die können halt mega was tragen eigentlich. Aber, hm. Hm. Keine Dudos. Ah, diese Nase, die bringt mich gerade um. Mu es. Okay, tu es. Ich muss Beeren sammeln. Es hilft nichts, wenn wir irgendwas tamen... Die Frage ist, wollen wir was tame oder wollen wir was umbringen? Tobi. Wie sieht's aus? Weiß es nicht. Ich hätte ansonsten noch eventuell... Muss man... Muss man, wenn man... Wenn man schlafen... Äh, wenn man... Wenn man respawnt. Muss man dafür in dem Ding geschlafen haben? Oder spawnt man da einfach so? Ich glaub man... Ich bin mir nicht sicher. Ich glaub man spawnt tatsächlich einfach so. Ich weiß es aber nicht genau. So. Ich muss erstmal Beeren sammeln. Sorry. Wenn wir irgendwas tamen wollen... So. Sind auch super Tanks. Die kriegt man kaum kaputt. Und langsam genug, um sie eben rückwärts gehen zu beschießen. Ich glaub, so hatte ich das auch gemacht, ne? So hatte ich das auch im Let's Play gemacht. Da bin ich einfach rückwärts gegangen die ganze Zeit. Und hab dann drauf geballert. Oder ich hab gewartet, bis die zwischen zwei Bäumen... Also ich hab die zwischen... Zwischen zwei Bäumen... Oh, es ruckelt. Ah, wir sind jetzt wieder... Oh, wir sind bei sieben Stunden Aufnahme. Das heißt, ich müsste eigentlich ne Aufnahmepause machen. Zwischendurch. Nein! Was tust du? Ja! Was war denn? Ich hab ein... Ich hab ein... Dinges getötet. Ein Dilophosaurus. Ein... Du hast nen Lutz getötet? Ja! Du hast nen Lutz getötet. Warum? Und jetzt hol ich mir sein Leder. Achso, deswegen. Okay. So. Ähm... Steine. Ich hab jetzt dabei... Ihr Leder auch kommen, das kann doch nicht sein. Die letzten Helden dieser Erde satteln ihre Pferde und sie reiten 40 Tage lang in den Untergang. Irgendwie so. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ein Heilig? So. Okay. Ich muss mal die Cam ändern. Wenn ich immer so gucke, guck ich aus dem Bild raus. Dabei guck ich hier grad in den Chat auf der anderen Seite eigentlich. Ah, er ruckelt hart. Was hast du da eigentlich? Hast du da eigentlich für ne Cam? Für den Stream? Äh, die Logitech Webcam da irgendwie C920 oder so. Keine Ahnung. Achso, ich glaub da haben wir sogar fast die gleiche. Ich bin beschissen. So die Default Cam. Ich glaub ich muss bei mir mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen tatsächlich. Das heißt ich brauch wahrscheinlich so 5 Minuten Aufnahme. Wenn du wieder Ausdünstungen auf dem Balkon machen willst. Eventuell. Ja, ich möchte nur erst schnell kurz in Sicherheit gerankommen. Warte mal. Okay, das will ich auch gerne. Wobei Sicherheit hier natürlich sehr relativ ist. Wie wir ja wissen. Ja, aber äh... So. Dann ist ein Dodo. Mal den töten da. Okay. Ruckeln wird immer schlimmer. Ja, ja, ja. Wir, 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 okay. Dann, also den Pausenputin, den aktiviere ich gleich gar nicht erst. Glaub ich. So. Kacke am Strand. Lalalalalala. Kacke am Strand. Wer liebt die Kacke am Strand? Das muss ich doch durchs Wasser irgendwie kommen, ohne von Piranien gefressen zu werden. Geh doch da wo das Viech, äh, planscht. Das ist mal ganz gut. Was denn? Ja, ja. So. Oh. Lalalalalala. Welchen Prozessor hast du Fragen, wenn ich fragen darf? Äh, guck mal unter dem Stream. Da sind so Infobuttons. Ein Infobutton führt zur Hardware. Die Monitore stimmen glaub ich nicht mehr ganz. Aber das, äh, die Hardware ansonsten stimmt soweit eigentlich noch. So. Ich sag ja mal Monitore. Eigentlich sagt man ja Screens heutzutage, ne? TFT. Die Bildschirm-Empfangsgeräte. So, gute Nacht. Aldi schlafen geht. Äh, schlafen gehen. Wie weit bist du mit deinem Streaming-Setup? Ich muss, äh, immer noch. Ich muss, äh, ich hab noch kein Streaming-Setup. Ich, äh, muss da wieder weitermachen. So. Okay, ich sammel mal ganz kurz die Bären, die ich habe auf dem... Oh Gott. Bring Licht mit. Auf dem Dodo. Hm? Bring Licht mit. Ach cool. Der Tobi kommt und es leuchtet überall. Und ich hab genug Leder, wir können endlich mitbauen. So, Bären, Bären. Okay, ach wir haben hier noch ein paar Bären drauf. Da fehlt ein Leder. Ja. Ein Leder. Hast du ein Leder rausgenommen? Wir hatten vorhin 34. Was? Hast du... hast du ernsthaft? Was? Ich brauchte das für den Zwille. Ich brauchte das für den Zwille. Ich brauch das für den Zwille. Ich brauch das für den Zwille. Ich brauch das für den Zwille. Ist du mir leid? Ich stütze mich doch an den Todeskampf. Weiß entgegen irgendwelche komischen Fliechen, die mich angespuckt haben. Aber ich brauchte das doch, ich brauchte das doch. Ich brauch das wegen der Zwille. Hättet ihr meine gegeben? Ich brauch den Zwille. Zwille. Du gehst das Leder besorgen. Oh. Es ist sehr dunkel, ich trau mich nicht raus. Okay, wollen wir mal kurz Pause machen? Ja, können wir machen. Ich hab das Licht angemacht. Vielleicht soll ich vorher auch mal was essen. Ich glaub ich ess vorher noch mal ganz kurz was. Ähm. Vorsichtshalber. Tobi, wir brauchen noch einen Leder, ne? Was? So. Auf die sieben. Oh, jetzt hab ich... Ich hab jetzt rohes Fleisch gegessen. Das ist nicht so gut, ne? Nein, ich glaube eher nicht. Okay. Fleisch tu ich wieder drauf. Zack. Haben wir noch Fleisch in dem Vieh drin? Hm? Ist da noch Fleisch in dem Vieh? Weiß ich gar nicht. Kann ich grad gar nicht sagen. Hier drin bräuchten wir vielleicht auch bei Zeit mal Licht, ne? Ich weiß nicht. Kann man da einfach so eine Laterne hinsetzen? Ich glaube, das Haus brennt nicht. Ich bin mir nicht sicher. Nee, aber wenn das so ist, dann kann ich da einfach eine hinsetzen. Ich hab nämlich noch eine, glaub ich. Komisch. Jetzt ruckelt's nicht mehr. Oder? Ich weiß es gar nicht. Ich würd sagen, wir machen erstmal schnell Pause, bevor da deine Aufnahme irgendwie am Arsch geht. Ja, ja. Ist ne gute Idee. Das Streaming ruckelt dann immer. Die Aufnahme läuft weiter, aber das Streaming steht Kröte draußen. So. Okay. Dann, ähm. Weißt du was? Ich mach wieder folgendes. Da ist ein Poutine. So. Und erst mal reinlegen. Okay. Dann gehen wir mal ganz kurz in den Pausen, in den Pausenputin. Ne, wir gehen gar nicht in den Pausenputin, denn ich muss die Aufnahme unterbrechen. So. Und dann seht ihr wieder den Gronkh-TV-Bildschirm. In der Zeit geht der Stream aber weiter. Also der Stream wird nicht unterbrochen, sondern nur die Aufnahme. Das heißt, ihr seht gerade den Gronkh-TV-Bildschirm. Und da muss ich mal kurz was wegspeichern und dann kann ich gleich wieder weitermachen. Okay. Moment. Sekunde. So. Sehen wir uns gleich wieder. Nutzt die Pause ganz kurz, um, äh, urinieren zu gehen oder was auch immer da alles ansteht. Oder vielleicht was zu essen zu holen oder wie auch immer. Wir machen aber auch nicht mehr lange. Wir machen auch nicht mehr lange. Es geht nicht mehr lange. Der Tobi muss ja auch... Tobi, wann muss er nicht weg? Ähm... Ich weiß nicht. Also ich hab jetzt gesagt, um zwei spätestens würde ich dann auch mich verabschieden. Okay, na gut. Ja, dann ist ja easy. Also sagen wir mal, bis drei geht's noch. Ähm... Das ist wahrscheinlich echt so. Ja, das... Weil die Zeit hier auch unglaublich schnell vergeht. Hätte ich nicht gedacht. Ja, das stimmt. Muss ich zugeben. Macht Spaß. So, okay. Dann sehen wir uns gleich wieder. Und jetzt, äh, geht kacken, Freunde. Wir auch machen. So. Okay. Ich mach mal ganz kurz die Aufnahme stoppen. Das heißt, ich bin... Ich mach erstmal hier die Aufnahme stoppen. Ach, schaunigerweise hab ich gar keinen Hunger verloren. Also gar kein... Gar nicht mehr Hunger als vorher. Stimmt. Das ist ja merkwürdig. Aber jetzt war es so cold. Ich should find some warmes, äh, Ort. Jaja, gut. Aber das ist ja... Das ist ja Wurst. Wursti Wurst. Also links runter können wir ja nicht. Trotzdem müssen wir ja immer... Oh, warte mal. Ah! Ein Strahl! Oh! Ein wärmender Strahl! Ah! So! Hallo, äh, zurück übrigens. Übrigens. Den holst du dir? Ja, den hol ich mir. Okay. Na gut, dann brauch ich ja gar nichts zu laufen. Oh, da kommt gar nichts. Kommt da noch was runter? Oder hatte ich mir das schon geholt? Ich weiß gar nicht. Nee, den... Wird's in der Elfer Pause gewesen, oder? Ist ja... Ist ja großartig. Da kommt einfach gar nichts mehr runter. Ach du, pass auf. Was denn? Nix. Was denn? Machst du wieder mit der... Mit der Zw... Au! Der war nice. Hau auf. Hast du... Hast du grad gefurzt vor Aufregung? Hau auf. Hast du grad gefurzt vor Aufregung? Hab ich dich getroffen? Na also. Nee, 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 nee. Was? Hab ich nicht? Nein, also nicht. Das Server lag. Aua, scheiße. Hab ich dich... Jetzt hab ich dich mal getroffen. Jetzt hast du mich zwei Mal getroffen. Okay, alles gut. Okay. Ah, okay. Ah, ich mach mal grad folgendes. Hm. 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 Ich muss was trinken. Hab dorst. Ah ja, dorst. Hab dorst. Okay, pass auf. Ich mach mal ganz kurz... Äh, wir haben Besuch. Hm? Ähm. Hii! Ja, wir hätten ihn töten können vielleicht. Ja, ich wollt ihn tamen. Los! Tamen! Ich tamen dich, du Schwein! Steine. Verdammt. Ja, ich hab den grad mit dem Stein angeschossen. Da ist der abgehauen. Was macht man eigentlich mit der ganzen Charcoal? Aua! Hahaha. Ich glaub der Stein ist stecken geblieben. Oh nein, ist ein Speer. Alter! Hahaha. Die hat den einfach so voll schnell mitgenommen. Hahaha. Kannst du gar nicht gucken, ey. Schön, schön. So. Ähm. Ähm. Was wollte ich gerade machen? Ich wollte irgendwas... Ja, zu spät leider. Ähm. Tammen. Ach ja, genau. Ich wollte was kraften. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Das muss ich noch lernen, glaub ich. Den kann ich nicht. Ah ja, dieser Wundenklapp. Ich glaub mit dem Wundenklapp kann man Viecher auch bewusst los schlagen. Ach so. Ist ja schön. Aua! War ich... Oh! Was ist denn hier? Tobi? Ja? Komm mal kurz raus. Oh. Ist aber schön. Gehört dir. Warum? So. Ja, aber ich hab ja schon ne Rüstung. So. Hm. Okay. Okay. Ja, worauf mag dat net. Worauf mag dat net. Äh, ich brauch mal irgendwie... Ich würd gern mal ein bisschen leveln, ehrlich gesagt. Muss ich zugeben. Aber ich glaube, dass... Ich glaub man levelt ja automatisch, ne? Ja, du levelst ja sogar vom einfach nur stehen bleiben, ne? Ja, ich glaub schon. Keine Piranjas? Ach, das ist wieder so'n Ding. Oh, toll jetzt. Äh, crap. Die sieben Speere. Das wollt ich gar nicht. Schön. Server-Elect eben. Oh, guck mal hier. Die Jenta schreibt gerade, heute als Gast im Stream mit dabei, Tobi Nator, der Gamer mit der gefühlvollen Singstimme. Du bist... Du bist einfach der Bade der Herzen inzwischen geworden. Bin ich das? Weiß ihn nicht. Du musst ein sehr trauriger Herzen sein. Was? Was? Ach, schön. Okay. Ähm... Ich hab mal ne Frage ganz kurz an... Ich hab mal ganz kurz ne Frage an, äh, einen Chat. Wie ist'n das? Wenn man, wenn man Viecher umbringt, kriegt man dann mehr XP? Als wenn man einfach nur rum existiert? Weil da kann ich mich auch irgendwo in die Ecke stellen, da brauch ich ja gar nix machen. Also im Grunde genommen macht das doch Sinn, wenn man... Wenn man Viecher erlegt, oder? Hm. Ich hab auch gesagt, dass wir mal losziehen, ein paar Dinosaurier oder sowas umbringen. Naja, hab ich mir auch so vorgestellt. Oder ein paar Fischsteine. Bist du denn? Bist schon wieder weggeguckt? Ich bin auf der anderen Seite am Fluss, ich suche hier grad wieder ein paar, äh, Piranhas. Ja, 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 okay. Alle schreiben ja, es bringt also mehr. Wir könnten also mal versuchen, zusammen auf die Jagd zu gehen. Am besten unschuldige Kreaturen, die uns nichts können. Da unten ist doch so ein Vieh. Guck mal, da ist so ein riesen Schildkrötenvieh. Wollen wir das mal angreifen? Wo denn? Wo bist du denn? Ich bin jetzt auf der Seite quasi, wo Pan und Nuttis, äh... Ding ist das, Haus. Achso, da hinten. Okay, warte, 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 warte. Crafting bringt am meisten XP. Okay, das ist gut zu wissen. Aber wir können ja nicht unendlich viele Sachen craften. Ein fettes Schildkrötenvieh einfach mal legen. Ich weiß noch nicht, ob das was bringt. Keine Ahnung mehr. Okay, Foundations soll man auch viel bringen. Oder bauen und Crafting halt. Okay, ich baue auch sehr gerne, ich crafte auch sehr gerne. Aber, mhm, wir können ja nicht unendlich viel bauen. Okay, Wood Foundation soll wohl sehr helfen. Ja, dann können wir noch was machen. Dann würde ich sagen, wir machen die ganze Map voll mit Wood Foundations. Ja. Warum auch nicht? Ich muss eh das ganze Dach noch mal austauschen gegen Böden, damit man was draufstellen kann. Oder? Kann man vielleicht auch so was draufstellen, weiß ich glaube nicht. Äh, Tobi, wo bist du? Wo bist du, mein Sohnenlieb? Ach so, die Schildkröten wehren sich heißt es. Ich bin hier vorne. Hallo, hallo, hallo. Ja, ja, die wehren sich, aber die sind, ah da. Aber die sind relativ langsam. Die haben zwar, glaube ich, auch einen ordentlichen Hau. Aber wir haben ja immerhin schon mal Stoffklamotten. Das hilft uns bestimmt viel. Ach, da hinten, die willst du attackieren, meinst du? Ach so, meinst du, ja, welche meinst du denn? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ach, da, die andere war im Wasser. Ich habe alles drauf gewartet, dass die rauskommt. Aber da ist ja einer direkt an Land. Ach so, ja, ich dachte, vielleicht kann man die mal in den Popo pieksen. Pause mal an mit so einem Stein, mit so einem Stein legen, ob das dich das stört. Ich weiß ja nicht. Okay, warte. Ey, warte Festbeerner. Offenbar stört es sie schon. Boah. Boah. Aua, aua. Lauf du zurück, ich hau drauf. Ja, Vorsicht, die dreht sich auch. Jetzt musst du, jetzt musst du. Okay. Okay, warte, 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 warte. Sehr nice. Jetzt, jetzt du wieder, jetzt du wieder. Ja, zwei Mal getroffen, sauber. Jetzt du wieder? Schön, Alter, wir sind so feige Hunde. Die arme. Jetzt nur wieder. Na los. Alter, die ist voll blutig, das arme Ding. Huuaah. Huuh, paint the town red. Oh. Aua. So, yeah, nice. Und der arme. Achso, okay. So, dann mach ich mal ganz kurz hier Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Boah, ich hab geschissen dabei, vor Aufregung wieder So Alter, 9 Leder! 11 Leder! 13, 14 Leder! 15! 17 Leder, Tobi! 17 Leder! Und ich hab ne Kackwurst Ich hab auch noch 3 20 haben wir Nice! Aber ich hab meine Dingslin kaputt gegangen Boah, geil, okay Manuel, Katzenöhrchen Was ist das da? Ah, wieder so ein Viech Äh, da ist er Okay, wo kriegen wir noch mehr Schildkröten her? Ich bin jetzt total geil, die alle platt zu machen Schildkröten klatschen im Stadtpark Würden wir da oben das Vieh, würden wir wahrscheinlich nicht platt kriegen Oh, ich muss was essen Äh, welches, das, ne Es sei denn, der klemmt zwischen zwei Bäumen fest Das müssen wir mal austesten, wenn er sich nicht bewegt Ich glaub der klemmt gerade zwischen zwei Bäumen Ja? Ich glaub der bewegt sich Ich bin mir nicht sicher, ich muss ganz kurz eben mal Fleisch holen Äh, musst du auch essen? Jetzt plötzlich? Sehr viel? Jaa, doch Ich muss doch, ja stimmt Stimmt tatsächlich Ich hab noch ganz leicht Das war mir auch ganz rapide plötzlich runter gegangen Ich glaube das liegt daran, dass wir so lange AFK waren So Schildkröten-Motivation Man kennt es ja bereits So Gamer-God Gronkh und Turbo-Töter Tobi Äh, schilchl Ach so, was machen wir denn hier? Äh, so hier So Ach so, warte mal, dann macht man ja so Ach ich hab' noch 10 rohes Fleisch hier, das tu ich mal direkt mit rein Ich muss es ja nicht direkt braten Wo bist du denn? Ich bin gerade im Haus und pack da mal Sachen rein, die ich nicht mehr brauche. Achso, ich dachte du willst was essen. Ja, ja, das auch. So. Okay, den Rest schmeiß ich mal wieder auf den Dodo. Äh, zack. Wir haben noch ein bisschen Fleisch, haben wir ja noch. Ist da noch in dem Dodo was drin? Ja, 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 klar. Ich hab auch das rohe Fleisch einfach in Dodo gepackt, dann können wir gleich wieder losgehen. Ja, das ist ne gute Idee. Turbo-Töter-Tobi. Schön. Ah, ja, wir können jetzt das Bett bauen. Eigentlich. Ja, richtig. Eins reicht, haben sie gesagt, ne? Eins reicht. Und ich glaube, dann können wir auch bald Leder-Klamotten an, äh, so eine Leder-Rüstung angehen. Ehh, ein Bettchen bauen. Erstmal ganz kurz, was brauche ich fürs Bettchen, bevor ich jetzt hier Lese geschrieben habe. Simple bad. Wood. Thatch. Und hide. Oh. Good. Thatch. Und hide. Oh, hide haben. Ach ne, hab ich jetzt alles in die Kiste gepackt. Wood, Setsch und Hight. Äh, Setsch und Holz brauchen wir auch noch. Ich glaub das reicht. Ähm... Da liegt ein Stück Scheiße auf der Kiste. Ja, ich war... hast du da... das warst du aber, ne? Vielleicht. Jetzt warst du sowas von. Ah, wir können auch keine Treppen... Das ist ja dein Bett. Idiot. Nein, wir tauschen doch jetzt, hab ich gehört. Schön, hm, was? Wir tauschen? Nee. Kackt sich erst das Laken voll und wir dann tauschen, was denn das? So. Okay.